Herzlich Willkommen hier im Eistadion. Es freut mich sehr, dass trotz des Regens doch so viele gekommen sind. Grüß Gott, natürlich hier nach dem Bund. Es freut mich sehr, dass ich ein Teil dieser Weltpremiere sein darf. Schaut, da trifft gerade ein Eisbär auf einen Ort. Weißt du, wie ich gegessen werden will? Ganz ähnlich von einem echten Japaner. Der weiß, dass er an mir hat. Wir haben ja für alles die Müllabfuhr und duales System, gelbe Säcke. Ich erinnere mich lieber an die Unkomplizierenden, an die kleinen Momente im Leben. Humans are the range, us in space. The whole human race, the worldwide web. Every second, there is a new hashtag, everybody's, on FV or Snapchat. Black Friday. Das Hochamt für den gediegenen Kaufrausch. Black Friday. Das Hochamt für den gediegenen Kaufrausch. Wir haben heute über Autos geredet und das sind die Weltverschmutzung. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass es besser wäre, wenn wir alle Autos abschaffen. Aber wenn man sich gegenseitig hilft, könnte man zum Beispiel den öffentlichen Verkehr billiger machen. Papier, vom Papier zu uns gehen, so wird auch vom kleinen Buch ein Wort, ein Satz, ein Klang. Macht jetzt das die Menschen glücklich? Erschaffen wir so das Paradies? Und wer kann sich das denn leisten? Und wer mehr Geld hat? Und das ist mies. Schafft! The worst case scenario to these issues and tensions is a simple way. Or a rule in general. It isn't something to ignore. Which is why cultural diversity... 天ähr der Wärmung im Meer blenken Eiswehr und das Längchen bringen. Einfach komplett umdenken! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020